Lian Roux hat seit seiner Gründung 2005 immer mit Robotec zusammengearbeitet. Dank dieser Kooperation haben sich unsere Maschinen für Taschenfederkernmatratzen kontinuierlich verbessert. Die Maschinengeschwindigkeit konnte erhöht werden. Zudem nimmt die Nachfrage nach dickeren Matratzen zu. Und Robotec bietet immer die perfekten Lösungen. Die meisten unserer Kunden sind große, bekannte Matratzenhersteller auf dem heimischen Markt und im Ausland. Es ist sehr wichtig für sie, dass die Anlage 24-7 läuft. Die äußerst hohe Verfügbarkeit von Robotecs Klebstoffauftragssystemen gewährleistet einen effizienten Betrieb der Produktionslinie. Ich bin sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit zwischen Lian Roux als Benchmark-Unternehmen im Matratzenmaschinenbau und Robotec als führenden Hersteller von Klebstoffauftragslösungen für die Matratzenindustrie. Wir danken dem Robotec-Team für den schnellen, pünktlichen und professionellen Service, den sie in mehr als 80 Ländern bieten. Dies begünstigt auch unser Exportgeschäft und gibt uns ein gutes Gefühl. Und es stärkt unser Markenimage.